Etwas pathetisch formuliert könnte man sagen, heute ist wahrscheinlich ein Schicksalstag für die Aktienmärkte, aber damit eben auch wahrscheinlich für die Wirtschaft insgesamt, denn wenn die Aktienmärkte weiter im Crash-Modus sind, dann werden wir auch weiter einen Crash der Wirtschaft haben, denn die Stimmung, die sich dann an den Finanzmärkten breit macht, die greift dann auch über die Realwirtschaft oder auf die Realwirtschaft über und dann geht da relativ wenig. Dementsprechend ist jetzt die Frage Panik oder Kontrolle und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu diesem historischen Tag, wohl gestern war mal wieder ein historischer Tag, schauen wir uns mal hier zum Beispiel die Headlines an, die wir hier bei der New York Times heute sehen, Worst Route for Wall Street since 1987 Crash und ja, es ist so heftig wie selbst in der Finanzkrise nicht, was da derzeit passiert ist, gestern die US-Indizes um und bei 10% verloren, die Frage stellt sich, Even the most powerful central banks cannot save us, haben also die Notenbanken die Kontrolle verloren, das ist die ganz, ganz große Frage, nachdem die Fed gestern ja gesagt hat, wir werden in den nächsten drei Wochentagen dann 1,5 Billionen Dollar in den Repomarkt pumpen, gigantische Summen, wir sehen, dass die italienische Aufsicht jetzt Short Selling verbietet, zumindest für einige Aktien, also da ist einiges los, da passiert einiges. Wir sehen hier den 18% Fall jetzt in den letzten vier Tagen, gab es zuletzt 1987 etwa beim Dow Jones und jetzt sagen manche, naja, die Märkte sagen, der Fed, pass auf, du musst viel mehr machen, du musst nicht nur die Zinsen auf Null senken und zwar ist es schnell, wahrscheinlich schon ein Mittwoch oder vielleicht sogar davor, du musst nicht nur QI betreiben, sondern vielleicht musst du auch, damit das Szenario, das sozusagen hier das Worst Case Szenario ist, damit das vermieden wird, muss vielleicht die Fed auch eben Aktien kaufen. Das Problem ist, was wir gestern gesehen haben, dass im Grunde alles gefallen ist, es gab auch die sicheren Häfen nicht mehr, wie Gold, Bitcoin ist gefallen, es können sichere Hafen, aber ist massiv gecrasht, der Crash geht weiter heute bei Bitcoin. Es hat sich also gezeigt, dass die sicheren Häfen zumindest kurzfristig nicht sicher sind, auch Treasuries sind gefallen, Munis, also Bonds, die regional funktionieren von Lokalverwaltungen, Treasuries, US-Staatsanleihen und wir sehen hier den Wix so hoch, wie seit der Finanzkrise nicht mehr. Was auffallend war eben, ist, dass der Wix nicht wirklich nach unten gekommen ist, also das Angstbarometer, das Panikbarometer ist nicht wirklich deutlich gefallen. Das war 2018 schnell wieder vorbei, Ende 2018, da hatten wir so einen Spike auch beim Wix, aber das war dann eben temporär. Jetzt hält sich der Wix eben schon lange sehr weit oben und das ist ein Riesenthema. Schauen wir uns die Dinge an, wie sie am asiatischen Handel der Fall sind. Natürlich ein rotes Meer, könnte man sagen, fast alle Märkte im Minus, außer der australische Index, der war 8% im Minus und ist dann 8% im Plus gewesen, also eine Handelsspanne von 16%. Unglaublich, was da passiert ist. Wir sehen jetzt die 10-Jährige-Staatsanleihe bei 0,83%. Wir sehen also, dass die Renditen wieder gestiegen sind. Wir haben vor allem natürlich Verluste in Japan, aber es ist nicht ganz so schlimm. Und China, es ist nicht ganz so schlimm wie gestern an der Wall Street, deswegen die US-Futures etwas höher. Und jetzt kommt etwas ins Spiel, was vielleicht interessant ist. Wir sind jetzt 15,3% in den letzten zwei Tagen gefallen beim Dow Jones. Und da gab es nur praktisch in den letzten 124 Jahren, gab es fünfmal eine ähnliche Entwicklung. Und viermal von diesen fünfmal ging es am nächsten Tag nach oben und zwar durchschnittlich um 5,2%. Letztes Mal war im Oktober 1987, da ist wieder dieser Oktober 87. Und am nächsten Tag ging es dann mehr als 10% nach oben. Das heißt, wir haben durchaus die Chance auf eine massive Rallye, so wie wir gestern einen massiven Crash gesehen haben. Kann heute auch eine massive Rallye kommen, wenn die Illusion oder zumindest der Eindruck vermittelt wird, dass die Notenbanken und die Politik die Sache wieder unter Kontrolle haben. Die Politik in Deutschland hat irgendwie umgedacht, hat man das Gefühl. Söder, gestern Scholz, alle im Fernsehen, die gesagt haben, wir müssen jetzt schnell und hart reagieren. Das war bei der Pressekonferenz von Merkel und Spahn noch so ein bisschen anders gefragt nach wirtschaftlichem Stimulus. Jetzt wissen sie, wir müssen das System retten, also müssen wir rein. Wir haben eigentlich, das klingt jetzt ein bisschen absurd, wie hier ein Twitter-Account schreibt, ein perfektes Bullens-Setup. Wir haben die große Wahrscheinlichkeit, dass die FED die Zinsen auf Null senkt. Wir haben die große Wahrscheinlichkeit, dass wir das größte QI-Programm aller Zeiten sehen werden. Wir haben die Gold-Öl-Relation, die Gold-Oil-Ratio ist sozusagen so günstig wie noch nie. Öl so weit unten, Gold relativ weit oben und Real Stocks plunging, Yields and Valuations were way more attractive. Also wir sind natürlich jetzt auch in Bewertungsfragen wirklich attraktiver geworden. Und wenngleich es immer noch nicht billig ist, schauen Sie sich das mal zum Beispiel an. Der gesamte DAX ist deutlich weniger wert jetzt aktuell als eine Apple oder auch als eine Microsoft. 850 Milliarden bringt der DAX oder bringt alle DAX-Konzerne auf die Waage. Eine Apple ist immer noch 1,07 Billionen wert und eine Microsoft 955 Milliarden. Also alle DAX-Unternehmen, alles was in Deutschland groß ist, weniger als eine große Firma wie Microsoft oder Apple. Übrigens der DAO ist nun 21% gefallen, seit Trump eigentlich zum Einstieg geblasen hat, als er sagte, ja der Aktienmarkt sieht gut aus für mich. Na gut, schauen wir mal weiter, was noch hier relevant und interessant ist. Es geht jetzt also um die Kontrolle. Es geht um das, was es sozusagen jetzt wirklich noch retten kann. Wir haben hier diese Aussage von Janet Yellen im Jahr 2017, als sie meinte, also ich glaube nicht, dass ich noch in meinen Lebzeiten eine Finanzkrise erlebe. Soweit ich weiß, lebt sie noch. Dementsprechend haben wir jetzt im Grunde eine große notwendige Bereinigung, wenn man so will. Dieses Coronavirus ist sozusagen eine Art Katharsis, nicht nur für die Finanzmärkte, sondern irgendwie auch vielleicht für die Moral. Dieses Exzessive, das muss jetzt einer gewissen Demut wieder weichen. Das halte ich für sehr, sehr wichtig. Wir müssen sozusagen solidarisch sein. Wir müssen demütig sein, im besten Sinne des Wortes, dass wir uns also irgendwie ein bisschen am Riemen reißen und mal nachdenken, weil die bisherigen Grundüberzeugungen das erste Mal so richtig in Frage gestellt werden, hat man das Gefühl. Schauen wir uns die Dinge in den Charts an. Was wir hier sehen, ist der Dow Jones, wie er sich jetzt im kurzen Zeitfenster präsentiert. Gestern Abend noch nachbörslich ging es noch weiter runter. Der Index auf um und bald 20.400 Punkte gefallen. Jetzt sind wir 1.100 Punkte höher. Man sieht diese Stabilisierung. Es geht jetzt um die Wurst. Dementsprechend kann heute, wie gesagt, eine exzessive Rally stattfinden. Wenn die Dinge wieder in den Griff bekommen werden, die Charts von Capital.com. Wir sehen den S&P bei 2.515. Was macht der DAX, der gestern so ausgebombt wurde mit seinem zweitschlechtesten Handelstag ever. Wir sind bei 9.162 Waren, auch schon unter der 9.000er Marke nach Taxe im asiatischen Handel. Wir sehen Euro-Dollar bei 1.1195, sehen Gold, das ich hier holen kann, 1.587 und wir sehen amerikanisches Quote über 32,56 Dollar. Also Make-or-Break heute Schicksalstag, pathetisch gesagt. Aber es ist wirklich sehr, sehr wichtig, was heute passiert. Würden sich diese Turbulenzen jetzt der letzten Tage fortsetzen, dann wäre das eigentlich ein klarer Beweis, dass die Kontrolle verloren ist, dass selbst Liquiditätsversprechen in unendlicher Höhe. Heute hat Villois von der EZB gesagt, wir stellen den Banken unbegrenzt Liquidität zur Verfügung. Sie gehen jetzt all in. Wenn das nicht reicht, was dann, das ist die große Frage. Meine Vermutung ist, es wird kurzfristig zumindest erstmal reichen, sodass die Chance auf der Oberseite nicht so schlecht ist. Aber wir werden sehen, ich wünsche das allerbeste und sage Servus und Ciao.